Hm... Ähm... Wieso geht die nicht kaputt? Hä? Ich kapiere hier irgendwie gerade das Rätsel hier nicht. Ui. Huch. Huch. Ähm. Nein, so nicht. Okay, warte mal. So. Na, da kapiere ich gerade nicht, Herr Rätsel. Da kriege ich gerade nicht gerafft. So, wo sind die Worte ver... Ich habe da irgendwie was übersprungen. Ich habe da eindeutig was übersprungen. Eindeutig. Ich weiß nur noch nicht was. Gut. Soll uns auch nicht stören. Connecting to the pieces. Äh. Komma nicht weiter. Hier soll man da irgendwie weiterkommen können. Ich brauche hier aber die Dinger. Passiert eigentlich, wenn ich... Passiert eigentlich, wenn ich hier... So, was lege. Machen wir mal einfach mal so. Das klappt nicht. Ich komme da nicht rein. Okay. Hätte ja klappen können. Aber... Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Müssen wir mal versuchen. Erstmal hier irgendwie wir mehrere Dinger sammeln. So. Ich brauche jetzt mal mehrere Dinger. Jetzt fehlt mir ein Ding. Das ist doch unglaublich, dass mir ein einziges Ding jetzt gefehlt hat. Um das ganze Ding hier zu vervollständigen. Ein einziges, ey. So, nochmal hier hin. Ich brauche jetzt... Ich habe einen Plan da. Hierfür. Ich werde hier gleich ziehen. Bis hier hin. Oder hinter dem Ding sagen. Es soll sich lang schlängeln. So, was soll dann nämlich dann da hochgeschossen werden. Aber ist das denn... Da wird mir die Mechanik der Waffe angezeigt. Zumindest siehst du gerade aus. Guck, haben wir jetzt schon genug Dinger, um die ganze Wand hier einmal zu füllen? Ich glaube nicht. Doch, aber. Jawoll. So, was sieht man doch gerne. Ui, 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 ui. So. Kann ich jetzt eigentlich so? Jawoll, witzig. Langziehen. Sehr schön. Also. Also. Ziehen wir dich nämlich hier auch weiter lang. Komm mal her. Hoch. Hui. Komm. Sitz dran. Danke. Scheiße. Ich brauche... Ich brauche mehr Dinger. Uh, lalalalala. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Dinger dabei. So, dann ziehen wir nämlich dich Ähm, scheiße Das geht daran kaputt Kann ich auch nicht Äh, scheiße Klappt nicht, so wie ich mir gedacht hab Obwohl, warte mal, ich kann doch Ah, ich hab ne Idee Ich hab ne ganz kranke Idee Ob das klappt, weiß ich noch nicht, aber man lässt Man stirbt ja immer zuletzt Oder zumindest die Hoffnung stirbt ja zuletzt Weil, das kann auch so ne Art So ne Art Zündschnuja behandelt werden, theoretischerweise Das werd ich jetzt mal versuchen Mach mal die Wand, nehm ich mal hier voll Ui, so Ihr seht gleich, was ich vorhabe Ihr seht da gleich Ihr habt wahrscheinlich grad keine Ahnung, was ich vorhabe Wirklich Aber ich brauch dazu ganz viele Dinger Ja, okay Nicht grad wenig Zumindest, denk ich mal Aber noch einmal die Wand voll Und sollten da, glaub ich, genug Dinger sein So So Die schieb ich nach hinten Komm Lalalala So Klötzchen hin Klötzchen drum gebaut Ich mach sicher jetzt aber mal Einmal komplett hier voll So 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 Dann ziehen wir nämlich das hier Aber hier lang Komm Immer weiter Komm mit Fifi Komm mit Komm Brabes Fifi Scheiße Egal Das sollte schon reichen Jetzt geht da nämlich alles kaputt Und ich stehe schon auf der Plattform Gut, dann ist da doch deutlich zu viel Aber ich wusste jetzt auch nicht, wie schnell da alles kaputt geht Aber jetzt müsste es langsam hochgehen Jetzt müsste es langsam aber sicher hochgehen Jawohl Ach, ach Wir sind oben Das war die Rätselösung Some challenges exist just to test how much we know Gut, jetzt komm mal Hier lang Tada Sind wir hier durch Haha Wir haben's geschafft Blau, grüne Waffe Ja Okay Äh Detail Breakdown Okay Ah, das ist so vom Entwickler hier Ein bisschen gemacht Erklärte uns, wie er es erstellt hat Okay So sah die Waffe anfangs aus Dann kam das hier so ein bisschen dazu Und dann hat er hier die ganzen Feinheiten hinzugefügt Toll, dafür bin ich jetzt hier hingegangen Dafür? Gehe wird doch nicht, ne? Dafür bin ich bis dahin hin gelatscht Für das bisschen Oh, komm Leute Ihr wollt mich doch hier verarschen, ey Achso, da können wir auch wieder durchziehen Genau Da können wir auch wieder alles durchziehen Was brauchen wir mal machen Oder zumindest Ich mach mir hier schon mal so eine Mauer fertig So Machen wir schon mal eine etwas größere Mauer fertig Für nachher Falls wir dann wirklich Ich weiß nicht mal, was da oben genau war Ich muss gleich mal gucken gehen Wie ist der Herr raus? Scheiße Deshalb hab ich Kacke gebaut Ich darf auch mal Kacke bauen, bitte Mann, das ist gemein Ich will nicht heulen, aber ich muss Oh Zack So, hier noch ein paar Dinger Füllen wir damit Jetzt hab ich hier nicht mehr genug Dinger Jetzt Ey, jetzt fehlt mir eins aufs einen Ding Oh, ist schon auf Guck mal, was war denn da? Was war denn da oben? Was war denn da oben? Was war denn da oben? Ach, das haben wir ja gemacht Das haben wir ja gemacht Okay Das haben wir ja gemacht Deswegen ist das irre Lohan vor uns Wo waren wir hier? Danke Gut, aber kommen wir gerade hier nicht weiter Ich brauch mal die Dinger hier Einmal kurz hier bitte anschließen Dann kommst du auch mal hier rüber So Oh Ah, cool Ich kann mir jetzt hier so viel holen wie ich will Das sind wieder herstellbare Das ist sehr schön Da 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 Lalalala Gib mir die Dinger So Das sollte reichen Machen wir hier nämlich mal eine kleine Mauer fertig So Nicht die Mauer herstellen Nein Das funktioniert leider nicht Das muss wirklich genau Eine ebene Fläche sein So Dann ziehen wir nämlich mal Ach komm, machen wir hier noch eine Mauer fertig Ziehen wir dann nämlich gleich nochmal rüber So Oh Hoppala Geh kaputt, bitte Ja Scheiße Gut Da kommen wir nicht weiter Ähm Da war Wo ist ich gerade auch nicht weiter Was haben wir denn hier nochmal Achso Ja, da komm ich da Gar nicht irgendwie durch Hm Da komm ich nicht weit Was ist das hier Don't look down So Nicht nach unten gucken Und tschüss Den Weg bin ich ja schon öfters gelaufen Wo komm ich da hinten raus Okay Kann ich den Jo Ich kann auch rausziehen Ach du heilige Scheiße Komm einmal da rauf Ach du heiliger Bim Bam Ach du heiliger Bim Bam Ey, was ist denn alles hinter Ey, wie viel ist denn das Ey, da haben wir gar kein Ende Hallo Hallo Äh, da kann auch glaube ich hier ein bisschen dauern Raura Pause Mal so schön auf der Arbeit sein Alter, das ist ja Ey Schierer Wahnsinn Schierer Wahnsinn Einer Ey